Untertitelung im Auftrag des ZDF Man soll dann die Medizin nicht zu überspannter Erwartung haben Ich muss aber den Führerschein machen Aber wozu denn? Es gibt Bus, es gibt Bahn, wenn du jetzt ein Kind tot fährst Du wirst deines Lebens nicht mehr froh So auch nicht Na ja Man hätte meiner Meinung nach die Läden sind überhaupt nicht entfernt dürfen Was will ich denn jetzt machen? Das weiß ich auch nicht Monika, das... Monika Entweder du kommst jetzt mit oder du musst den psychiatrischen Dienst anrufen Schau mal, ich geb dir mal was in die Hand Kannst du mich mal weggehen? Guckst mir hier zu, wie ich wie so ein Volltrottel überall dagegen laufe Dann zeig mir doch mal was anderes Du denkst immer, du hilfst mir Damit weißt du gar nicht, wie viel Arbeit du mir machst Wie soll ich mich denn hier zurechtfinden, wenn du immer umräumst, Mama? Ich brauch meine Ordnung Ja, das sind ja bei dir immer die anderen, ne? Monika? Ich hab mich um den Ausbildungsplatz verworben Aber wenn dir irgendwas passiert in der Stadt Mir passiert nichts! Ich will aber hier nie alleine sitzen Du bist blind, oder? Nee Ich werde aber in der eigenen wohnen Hä, wieso? Ich hab noch nie alleine gewohnt Naja, das musst du ja im Prinzip auch nicht Ich will aber Sag mal, was siehst du? Was siehst du eigentlich? Mama, ich hab keine Ahnung, was du von mir willst Morgen zieh ich aus Und Farben? Farben, wenn sie grell sind So, Umrisse Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist Schau mal direkt in die Sonne Sehr gut Und er hat euch noch nie Mit 알아! Untertitelung des ZDF, 2020